yo leute wie ihr seht es entstanden dass das portal ich hab's geschafft es war anstrengend ich hab's auf jeden fall hingekriegt wir werden jetzt reingehen wir waren grad drin also wo leute wir gehen jetzt du gehst von der seite ich von der 321 wir beide kommen stell ich rein leute bei der dass wir setzen kriegen in der 18 folge wo ich das hätte ich echt nicht erwartet das sage ich gerade so hätte ich echt nicht gedacht wir haben was gebaut als ich leute jetzt wird erst mal erkundet oder ja guck mal hier findest du pilze gluestone findest du jetzt haben wir es halt hingekriegt in dieser folge irgendwie aber was wir nicht zeigten ist schon verlaufen mhm ja hier sind ja die endergegner haha endermanns meinst du das heißt endermanns ja ich hab's ja ich hab's ja ich nehm bluestone mit also wenn ich es schaffe aber ich denk mal ich hab's nicht zu nehmen ja man kann es einfach nicht fassen dass es so schnell geht es kommt einem voll schnell vor gell Alla, schuss, du hast schuss, oder? Ich bin wieder zurück. Aber Alla, das ist... It's auf jeden Fall nice. Nice work. Leggt mein Skin? Hella, legg doch. Ja, was kommt mir so vor. Ja, guck. Der, wenn ich zwei, wenn ich renne, der rennt nicht. Das ist irgend so ein Bug. Ja, das ist vielleicht irgendwie bei mir. Soll ich auch diese Mittellage jetzt hast. Ach, komm. Was bugt der so scheiße? Was ist noch da? Ähm, gib ihm mal einen Schlag. Schlag mich mal kurz. Kann ich jetzt da hin? Nein. Shit. Was ist denn da los? Ich kann auch nicht. Gehen wir mal raus und dann wieder rein. Ich glaub nicht, dass es jetzt daran einzig liegt. Ah. Diese Geräusche. Aber auf jeden Fall finde ich's einfach geil. Ich auch. Dass wir's geschafft haben. Aber, nur weil wir's jetzt haben, Leute, heißt es nicht, dass es zu Ende ist. Das heißt es natürlich nicht. Er hat's jetzt vor. Ja, dann können wir's nicht beenden, wenn er alles verloren hat. Digga. Hatte ich nicht. Das ist nicht. Du warst so cool wie er ist. Aber auf jeden Fall bugt mein Charakter. Rennt ja... Jetzt geht's wieder. Jetzt rennt er wieder. Ja, bei mir nicht. Ich bin wieder zurück. Oh, es ist abends, Digga. Zombies mach ich natürlich an. Alter. Also, da brauchst du dich nicht zu wundern, weshalb keine Endamens da sind. Ich bin wieder zu Hause. Ich... Alter. Was ist da denn passiert? Boah, man hat grad so was gehört. Was ist passiert? Hm. Hm? Was ist da denn passiert? Oh, ich bin wieder. Da, ich mach mal kurz zum wie es aus. Was ist denn? Nix, 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 nix. Ach, du, du. Dumme... Hast du doch noch? Hm? Hast du doch noch? Nein. Da sind wir nicht weg. Jo... Achso, ja, stimmt. Wir haben ja diese Platte reingemacht. Sollen wir die Platte raus machen? Weil du weißt, so weit die Zombies da rein... drüber laufen können die auch, ähm, automatisch. einfach rein. Ja, was ist denn das? Hm. Wobei... Wie viel ist das? Wie ist das im Nenner? Nein, auf jeden Fall weiß ich grad nicht mal, was ich jetzt machen soll. Also, auf jeden Fall muss ich... Auf jeden Fall will ich... Will ich... Wenn wir netter sind, will ich mal ganz erkunden. Boah, das ist schon... Ja, das ist schon krass. Das ist schon krass. Aber für jeden Fall braucht man das nicht so drumrum so jeden Tag zur Zeit. Äh... So, ich will... Hatte... Ich hab auch noch vor, mehr Dias zu finden, weil... Ich will an mir auch ein Dias Schwert machen. Boah, ich hab ja noch kein Dias Schwert. Ich hab doch in dir Axt. Mhm. Weißt du, weißt du, wenn du nicht so vorlaufen? Nee, schlafen, dann halt... Dann wechseln dich das... Nee, du kannst gar nicht schlafen, sobald du in der Nähe wirst, weißt du das? Ich weiß, ich weiß das schon. Weil da steht dann immer, ähm... Irgendwie da, man kann nicht schlafen, weil Monstern in der Nähe sind. Ja, das hab ich auch gesagt. Dann wechseln wir uns auf. Das ist gar nicht verlaufen. Aber wir sind schon krass. Ich hab jetzt so schnell was hinbekommen. Alter, das ist ne Spinne! Das ist ne Spinne. Komm her. Ja, ich hab nen Faden bekommen. Jawoll. Du weißt nicht, was ein Faden ist. Du weißt nicht, was ein Faden ist. Doch, das ist eigentlich nicht. Aber ich bin grad noch in. Alter, Leute, ich dachte grad, der war echt so komisch und weiß nicht, was ein Faden ist. Nein! Ich dachte, ich fall ins Wasser. Wasser für ihr? Ja, für mich. Ich muss das essen. Stimm dich auch. Nein! Gibt's da ein Steak? Gut, da gibt's ein Steak. Okay, gut. Die läuft auf jeden Fall. Achso, ich merk grad, ich hab die Lautstärke nicht. Achso, ob ich jetzt, als ob ich jetzt ein Baum esse. Kann man? Man kann... Achso, die Lava da vorne kann man dann benutzen. Was machst du? Machst du jetzt diese Platten weg oder nicht? Ich denk mal, das ist erst immer nicht. Alter, Junge! Das war aus Versehen, Digga. Das war aus Versehen, Digga. Das war doch ein Schwaass. Das war doch ein Schwaass. Aber was, wie der, was denkst du, sollen wir's abmachen oder nicht? Ich denk schon, wenn du die Kommiss an hast. Hm, genau. Die kommen halt dann hier rein, aber... Ja, dann werden die halt niemals schlafen. Die ist niemals schlafen, aber... Ich mach grad netter Tiegel für uns. Echt? Ja, das bratet grad sich in... Das... Das wird grad gegrillt. Leute, ich mach mal ne kurze Tour. Ich zeig euch mal kurz. Ich komm nicht mit, ich komm nicht hin. Ich will, ich will nicht rein gehen. Also da unten haben wir eine Höhle, eine Mine... ...gast gemacht. Junge, ich hab lieber Essen. Echt jetzt? Nehm mal deine ganzen Sachen mit Wind da. Weil wir... Ich glaub, wir werden im Nether übernachten. Ich weiß es nicht. Aber wir machen heute ne große Erkundung. Auf jeden Fall. Ne große... Ne große Erkundung will ich machen. LOL, es ist weg. Ich muss schon wieder essen. Ich ess jetzt nur... Ich bratet die Tüche. Mhm. Ich mach mal kurz das in der Truhe. In die Truhe. In der Truhe. Ähm... Es wär auch mal Zeit, wenn man schon bei der 877 Folge ist, ne Hacke zu koften und ähm... ...nen Garten zu machen. Stimmt. Das haben wir gar nicht. So ne Farm oder wie denn? Ja, sowas halt. Okay, nen Stall... Stall noch nicht, aber... Stall noch nicht, aber... Aber... Sind wir zu schneller? Nein, ich muss... Ich muss... Ähm, wie heißt nochmal... Diese Weizenkörner, ja? Ich muss Weizenkörner suchen, weil ich... Ich will nen Garten machen. Und ich hol uns noch bisschen zu essen, okay? Okay. Trollface... Äh, ich glaub das einfach nicht. Nimmst du eh... Ich bin schon... Wir spielen schon die ganze... Ich hab ne Spinne gehört. Leute, ich hab ne Spinne gehört. So... Passen... Dringen sie unser... In deiner Nähe? Mhm. Da hinten halt. Mit uns aber nix. Wir brauchen ja keine Lederrüstung. Ja, wär schon nice. Ja, wär schon nice. Wär auf jeden Fall fresh. Ich... 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 Okay. Machst du einen? Das so, ob du... Du willst einen? Ich... Ich kann grad noch keinen machen. Im Moment nicht. Aber im Moment will ich uns auch nen Garten machen. Der Garten wird dann ungefähr hier hinten sein. Okay, das ist doch schön, dass du hier fährst. Ja, komm. Wir müssen nicht gleich alles so nah... Bist du da ins Nether reingegangen? Äh... Ach so, das sind die Garage vom Nether-Potter. Mh... Äh... Nein, Digga. Nein, Digga. Also, wenn ich da reingehe. Wer weiß, wie viele Endermünster sind. Hast du so Schiss, dass Endermünster sind? Ich hab keinen Schiss, dass Endermünster sind. Ich hab keinen Schiss, dass Endermünster... Äh... Wer weiß, wie viele... Ich hab keinen Schiss. Ich hab keinen Schiss. Ich hab keinen Schiss. Ich hab keinen Schiss. Ach so, du hast Angst, dass die unser... wo den zu setzen muss. Ja... Ach so, das ist was da so rein geht und man da so raus geht. Ach so, ob... Ja... Ja... Bis jetzt die ja gerade... Warum, wie soll ich das bitte... Ja, ich hab dir ja gar keine Hyahe... Ey... Äh... Aber das ist Endermünster kassig. Wieso? Okay. Es wird Abend. Also... Ich hab' mich umgegriffen und ich dachte, der hätte sich verlaufen. Ja. Was? Das Gelache? Mhm. Ich mach' ein... Raten! Ja! Eigentlich checkst du's. Ich will schon mal schlafen, okay? Ich auch. Stimmt! Dann können wir's über die Pferde. Dann haben wir... Warum hast du das Spiel verlassen? Hab' ich nicht. Ich hab's nicht das Spiel verlassen. Ich bin noch in der Welt. Hast du's Spiel jetzt verlassen? Hä? Hä? Damit kann ich noch nicht mehr fühlen. Ach so. Da rein? Ja. Ja. Oh! Wie kann... Wie kann das denn noch so schnell hell hier? Ich hab grad geschlafen. Tust du ernsthaft so husten? Nein. Böse ich dir vor allem. Hä? 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 Das Spiel will fassen, ja? Ich hab' ein Schmünchen. Was ist hier? Schmünchen? Was ist bei dir? Ha! Ich hab's... Bei einem Schlag... Ich find' das... M-m-m-m-m. Sie... M-m-m-m-m. Sieben Lühnchen hab' ich schon. Okay. Da ist Schwagolin. Das Schwein können wir Schwagolin nennen. Wir haben da kein Schwein. Hm? Wir haben da kein Schwein. Da war ein Schwein. Ja, ich hab den gebraucht. Ich denke mal, das Schwein wäre so. Doch, komm, mach. Wie so gleich? Nein! Aber was nützen wir uns? Du so gleich? Nein! Aber was nützen wir uns jetzt? Um genau zu sein, weiß ich's nicht. Was ist denn im Ofen? Was ist denn im Ofen, oder? Keine Ahnung. Natürlich regnet es jetzt. Kannst du's nicht aufsammeln? Nein. Dann ist dein Inventar wahrscheinlich voll. Das stimmt. Alles klar. Carlos, ist dein Inventar voll? Nein. Ist es, wo ist es? Ist es nicht voll. Dann kannst du das Hähnchen nehmen. Ja. Nimmst du das? Im Moment nicht. Aber ich... Ich kann's nicht gebrauchen. So, Leute. Wenn euch diese Folge gefallen hat... Nimm einen Daumen nach. Also... Hast du noch was heute? Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt dieser Folge einen Daumen hoch. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Also würde ich mal sagen... Tschüss. Habt einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.